Im Februar 2022 wurde bekannt, dass die Ehe von Viktoria Swarovski und Werner Mürz am Ende ist. Wenig später machte die Let's Dance-Moderatorin ihre Beziehung zu Marc Mateschitz öffentlich. Doch wer ist der neue Mann an ihrer Seite überhaupt? Mit diesem Liebesaus hatte wohl niemand gerechnet. Anfang 2022, genauer gesagt im Februar, ließ Viktoria Swarovski über ihr Management offiziell verkünden, sich von ihrem Ehemann Werner Mürz getrennt zu haben. Viktoria Swarovski und Werner Mürz haben sich im freundschaftlichen Einvernehmen getrennt. Es wird darum gebeten, die Privatsphäre zu respektieren und von weiteren Anfragen abzusehen, hieß es in einem Statement gegenüber Bunte. Erst im Mai 2017 hatte die Let's Dance-Moderatorin dem Immobilienunternehmer ganz romantisch in Triest das Ja-Wort gegeben. Mürz stellte im Interview mit der Zeitung allerdings auch klar, dass es, wie vielfach in den Medien behauptet, keinen Rosenkrieg zwischen ihm und seiner noch Ehefrau geben wird. Mit meiner Ehefrau, mit der ich in Trennung lebe, gibt es keinen Rosenkrieg, keinen Streit über gemeinsame wirtschaftliche Investments, Vermögenswerte und auch keinen Streit über den Lebensmittelpunkt der Hunde. Doch nur kurze Zeit später gab es dann erste Gerüchte darüber, dass die hübsche Kristall-Erbin wieder frisch verliebt sein könnte. Und genau diese Gerüchte bestätigte Viktoria dann wenig später selbst mit einem Schnappschuss bei Instagram. Wer ihr neuer Freund ist? Marc Marteschitz. Nur kurze Zeit später feierten Viktoria Swarovski und Marc Marteschitz beim Fußballspiel des Red Bull Salzburg gegen den SK Sturm Graz auf der Tribüne auch ihr Liebesdebüt in der Öffentlichkeit. Äußern wollte sich die Let's Dance-Moderatorin aber nicht zu ihrer neuen Beziehung. Gegenüber RTL erklärte sie lediglich, ich bin glücklich. Mehr sage ich dazu nicht. Doch wer ist eigentlich der Mann, der das Herz der schönen Österreicherin für sich gewinnen konnte? Vater Dietrich Marteschitz galt als reichster Mann Österreichs. Marc Marteschitz wurde am 7. Mai 1992 als Sohn von Red Bull-Chef Dietrich Marteschitz, 78, geboren. Der Unternehmer soll größtenteils bei seiner Mutter aufgewachsen sein und absolvierte nach seiner Matura ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule in Salzburg. Vor dem Tod seines Vaters wurde er unter anderem Geschäftsführer der Marc Marteschitz Beteiligungs-GmbH sowie Geschäftsführer der Thalheimer Heilwasser-GmbH. Letzteren Job gab er 2022 schließlich auf. Am 22. Oktober 2022 starb Marc's Vater und Mitgründer von Red Bull, Dietrich Marteschitz, der bis dato als reichster Mann Österreichs galt. Im November wurde sein Sohn Marc schließlich Miteigentümer. In einer Mitteilung an die Belegschaft erklärt er allerdings, wie von meinem Vater und mir vorgeschlagen und gewünscht und von unseren thailändischen Partnern unterstützt, wird ein Board of Directors die Geschäfte von Red Bull führen. Laut des Blomwerk Billionaires Index wird Marc Marteschitz auf ein Vermögen von rund 20,2 Milliarden US-Dollar geschätzt und belegt damit Rang 79. Seiner Familie sollen Schlösser, wie beispielsweise das Schloss Sauerbrunn, Hotels, die Therme Vonsdorf sowie Gaststätten gehören. Dr. Martin Gerald Lappert Vielen Dank.